BR 2018 Egal, was du trägst, egal, was es ist, du musst dich gut fühlen, richtig gut fühlen. Läspig und bequem, denn du steckst erinnert. Du musst dich gut fühlen, richtig gut fühlen. Das ist deine zweite Haut. Mal ganz schlicht, mal bunt und laut. Wichtig ist, du fühlst dich wohl. Wenn du du bist, das ist cool. Ich find mich voll okay, ich find mich voll okay. Wenn ich in dem Spiegel seh, weil ich zu allem steh, weil ich zu allem steh, was ich da im Spiegel seh. Gibt mir ne Jeans, coole Schuhe und ein Oberteil. Das ist mein Style, das ist mein Style. Auf teuer, auf teuer, fahr ich nicht rein. Doch es muss unbedingt von heute sein. Unbedingt von heute sein. Mein Ausblick, das darf keine Pleiße sein. Es muss unbedingt von heute sein. Das darf nicht von heute sein. Das darf nicht von heute sein. Das darf nicht von heute sein. Ein Ausblick, das darf nicht von heute sein. Finde deinen eigenen Weg. Einen Weg. Dann wird dich jeder akzeptieren. Alle geben dir Aspekt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020